Einen Besuch der etwas anderen Art erlebte Christa Möller aus Finkental bei Gingoyen im Landkreis Rostock am späten Dienstagabend. Ein lauter Knall ließ die Senioren vom Fernseher hochschrecken. Dann sah sie zwei Autos an ihrer Veranda kleben. Selbst das Fensterbrett war gerissen. Doch was war passiert? Kurz zuvor gab es auf der Bundesstraße 110, die direkt an Christa Möllers Haus liegt, einen schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte ein Wagen von der B110 abbiegen. Ein dahinter fahrendes Auto erkannte dies nicht und überholte den Abbiegenden. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge schleuderten danach durch den Vorgarten und schließlich an die Veranda von Frau Möller. Und dann war da ein Krach. Also ich wusste gleich, da ist was passiert draußen. Irgendwas war da. Aber dass es so schlimm war, habe ich nun nicht gedacht. Vor Jahren hatten wir schon mal, aber so schlimm, dieser Unfall, dieses Auto ist ja direkt fast in die Veranda rein. Zwei Autoinsassen verletzten sich bei dem Unfall und kamen in ein Krankenhaus. Am Haus und im Vorgarten entstand erheblicher Sachschaden. Die Wand wurde leicht eingedrückt und auch Zäune und Pfeiler wurden kurzerhand platt gefahren. Für Christa Möller übrigens kein neuer Zustand, denn vor einigen Jahren fuhr der Finkentalerin schon einmal ein Auto in das Haus.